Was versteht man unter dem Begriff Investition? So, jetzt machen wir in der Beantwortung dieser Frage einen kleinen Trick. Wir beantworten nämlich die Frage nicht, sondern wir beantworten den Begriff Investieren. Investition, das Tätigkeitswort heißt dann ja entsprechende Investieren. Und Investieren heißt wörtlich Einkleiden. Sodass man natürlich auch sagen kann, eine Investition ist eine Einkleidung. Investieren, hier steckt das lateinische Wort Westis drin. Kleidung, was wir noch kennen aus dem Begriff Weste. Ja, die Weste. Investis, in Kleidung gehen sozusagen. Also Einkleiden. Eine Investition ist also eine Einkleidung, wörtlich genommen. Und im übertragenen Sinne bedeutet das Geld umwandeln in Produktionsmittel. Diese Produktionsmittel sind im klassischen Sinne Maschinen. Aber genauso, wenn man eine Fortbildung besucht, ist das genauso eine Investition. Nur, dass man hier eben nicht in Maschinen investiert, sondern in die Entwicklung geistiger Fähigkeiten. Aber das ist eine Sichtweise, die ist erst später gekommen. Im klassischen Sinne sagt man, Investition bedeutet Geld umwandeln in Maschinen. Maschinen kaufen, um mit den Maschinen produzieren und letztlich Wirtschaften und Gewinne erzielen zu können. Geld umwandeln in Produktionsmittel. Das kann aber auch dann im weiteren Sinne Geistiges sein. So, das ist der Begriff Investition. Im Übrigen glaube ich, dass wer die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Und ich glaube mittlerweile auch, dass die meisten Präsenzlehrgänge nur eine wenig gemilderte Form der Hölle darstellen. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden, dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank. Vielen Dank.